Ach, passt schon. Kaum euch... Wenn man die Aufnahmen arg macht, dann leckt es einfach nur rum wie Sau. Das ist unglaublich. Ist halt so. Nee, ist einfach mein Computer, der kommt einfach mit so viel Zeug nicht klar. Ich habe halt nicht so einen Gamer-Wix-PC wie du. Schlimme Wörter, sondern ganz schlimme Wörter. Meine Grafikkarte fängt langsam an. Also mein PC an sich ist richtig geil. Scheiße, Essen. Ich muss dich mal beweilen. Kapazität, Leistung, Beste. Aber ich habe halt noch eine alte GeForce GT Grafikkarte. Die macht das so ein bisschen kaputt, aber ich wünsche mir zu Weihnachten eine neue und dann passt das alles wieder. Dann ist wieder... Muss ich mal gucken, wie das mit der Kühlung dann hinhaut. Aber hast du dir jetzt mal meinen Banner angeguckt? Ja, habe ich. Ja, natürlich. Da habe ich doch vorhin gesagt, es gibt nur einen Wolf, den stickenden Wolf. Mich hast du da nicht zugehört. Habe ich aber selber gemacht. Das ist doch geil, ne? Das hast du selbst gemacht? Ja, klar habe ich das selber gemacht. Ich dachte, das wäre dein Logo, dein, 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 dein... Ja, ich habe das selber gemacht. Boah, gar nicht schlecht. Das ist künstlerisch wenigstens nicht komplett unkreativ. Ich kann dir mal, ähm... Ich kann dir das nicht schicken, warte mal. Kann ich das hier... Allianzraum, Datei-Browser... Oh, Mann. Kommst du hier in den Datei-Browser vom Allianzraum 1? Ich komme gar keinen... Also, ich komme rein, aber ich kann nichts mehr machen, weder was hoch- und was runterladen. Ich habe keine Ahnung, es geht seit Ewigkeiten nicht mehr. Pass auf, ähm... Ja? Oh, Mann, jetzt... Jetzt leckst du auf einmal. Äh, wie? Ich kann hier nichts hochladen. Sehst du? So. Ne, warte, pass auf. Ich weiß nicht, was mit dem TS heutzutage los ist, aber seit Monaten generell... Auch kein anderer kann es mehr immer runterladen. Pass auf, so hier hochladen? Sag mal, klick. Pass auf, ähm... Sag's, bitte. Was soll ich machen? Klick sagen. Klick? Danke. Soll ich Klick sagen?